Okay, willkommen Leute zu einem neuen Part von Kinder Marz, Recoded. Zum ersten Mal, das wird eine beschissene Stelle sein. Die beschissene... Diese Porta bewegt sich keine Millimeter. Ob es einen Mechanismus gibt, um es zu öffnen? Ja, es gibt dazu einen Mechanismus, aber erstmal speichern. Das ist die größte Kacke im ganzen Spiel, weil hier kann man gar keinen Kä... Warte. Ja, man kann gar nicht hier kämpfen, man muss ganz Zeit... Ich soll mal sagen, ja, das erkläre ich euch gleich, aber erstmal statt des Matrix. Habe ich irgendwie neue Sachen oder so? Null Chips nur. Okay. Kommando Matrix. Ach, die kann ich so momentan sowieso nicht einsetzen, also ist es egal. Auslösung Matrix. Wunderlampe. So, glaube ich, habe ich alle davor gelevelt. Momentan kann ich nichts mit dem Schlüsselschwert, also hier kann man nichts machen mit dem Schlüsselschwert. Rein gar nichts. Kaufen, Super-Ether, yay. Irgendwas Neues. Schwinger, Elektrosturm habe ich schon. Blitzhaltung. So viele Sachen habe ich. Aber momentan kann ich hier nichts machen, deswegen ist es mir jetzt momentan egal. Und wir müssen erstmal hier durchkommen. Die Gegner können uns angreifen, ja. Auch wenn ihr kein Schlüsselschwert habt, die können uns angreifen. Und blaue Kisten auch. Ja, blaue Kisten auch. Komm. Na ja, du kommst auf der andere Etage. Ja. Das ist einfach mal beschissen. Ich weiß nicht, was die Entwickler dabei gedacht haben. Äh, weiß ich nicht, was kann er hier aufgemotzt hat. Ich sollte auf jeden Winkel achten. Da müsst ihr später hin, wenn ihr einen bestimmten Charakter jetzt gefunden habt, gleich. Jetzt erklärt euch doch schon, jetzt müsst ihr, das ist jetzt, das ist so, das läuft jetzt fast im ganzen Spiel so ab. Klasse, jetzt komme ich weiter. Das ist so im ganzen Spiel, wie so gesagt. Okay, komm. Jetzt hier durch. Gegner kommen. Schnell das hier berühren. Jetzt muss ich den da berühren, aber seht euch jetzt gleich mal an, was jetzt kommt. Ja. Geschafft. Das ist so ein Kack, Leute. So ein Kack. Ja, ich weiß, dass ich abkratzen werde. Was für diese Schattelbeben probieren geht über das Studium. Kannst du studieren? Ach, wo denn wohl? Und wie er jetzt bestimmt gemerkt hat, man kann auch hier sterben, ohne einzeln irgendwas gemacht zu haben. Wegen diesen verfickten Kisten. Ach, ich hasse diese einzelne Kacke hier. Das dauert jetzt viel länger, als ihr denkt. Das wird sehr lange so weitergehen. Ich glaube, die blauen Kisten habe ich nie gemeint. Die werden immer auch meine R2 sein. Wieder Riesen-Gumba. Ja, der Riesen-Gumba, Leute. Der Riesen-Gumba. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du grinst fast schon an Unverschämtheit, dass du hilfloser Wichtest bisher geschafft hast. Dein Lachen wird dir noch vergehen. Glaubst du? Vergrüßt doch meinen Gast. Herzlose. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss mich um meine Marinette kümmern. Nimm mit meinen Freunden hier, Frau Lieb. Okay. Warte. Und jetzt müssen wir... Ja, ganz halt nur das hier machen. Bis irgendwas freigeschaltet wird. Wir müssen den Gast jetzt nur ausweichen. Und versuchen zu überleben. Ja, komm. Ey, das soll... Weitermachen. Ja, fickt euch doch mal ins Knie, Mann. Ja, leck mich. Überspringen. Ey, mich regt alles auf. Keiner klopft dir an. Alle kommen einfach in den Zimmer. Hier ist alles gleich. Hier kann ich wieder rein. Ich dem sage, ich nehme auf. Stell dir ein bisschen vor. Manchmal denke ich echt nur... Leute... ...wollte welche Schläge von mir haben. Oh, ey. Fick dich, du kleinen... ...wenn ich schon daran denke, wie ich hier abkratzen... ...abkacken werde. Wegen dieser ganzen Kacke im ganzen Spiel. Weil ich nicht... ...weil ich nicht einmal angreifen kann. Mit dem Schlüsselschwert wären die gleich... Ja, wären die auch echt keine Gegner. Egal, ich muss das auch... ...ein noch krass schaffen. Aus dem Weg. Goofy, bum bum. Du bist irgendwo verbessert, Sora. Der König hat doch gesagt, dass wir warten sollen. Goofy. Du solltest nicht einfach so abhauen. Entschuldige, dass ich euch nicht eingeweiht habe. Schwamm darüber. Gehen wir. Okay. Hey, was machst du denn? So ein Gesicht. Wie? Geht's... ...geht's etwa nicht zurück zum Schloss? Wir folgen... ...wir verfolgen natürlich Carlo. Jetzt hast du schließlich Verstärkung. Mich. Bist du dir sicher? Klar. Echte Freunde helfen sich. Wenn's darauf ankommt, oder? Stimmt. Überlass die Herzlosigkeit mir. Ist gut. Ja, so wird es jetzt ablaufen. Wir werden mit den Hilfen der Freunden... Gut, hat sich da... Ja, angeschlossen. Ja. Jetzt greift der Herzlose an. Und wir können nur zugucken, wie er die alle jetzt vernichtet. Er hat jetzt auch spezielle Fähigkeiten. Wie das hier. Oder Goofy Turbo. Wenn er irgendwas machen könnte. Okay, jetzt haltet ihr alle getötet. Ach, übrigens. Du hast nicht zufällig Donald gesehen. Wir sind unterwegs getrennt worden. Du hast mich an. Hoffentlich ist nichts zugeschlossen. Lass ihn zuerst... Lass ihn suchen. Während wir Carlo verfolgt. Ich weiß, wo der Kerl ist. Verfolge Carlo. Okay, aber erstmal die Kiste eröffnen. Er greift schön den Schatten quasi an. Gut, so. Jetzt greift es mal die Kisten an. Okay, gut gemacht. Es gibt jetzt momentan keine Kisten. Ach ja, es bringt euch keine Erfahrungspunkte, wenn ihr das hier macht, glaube ich. Ja, es bringt euch keine Erfahrungspunkte, wenn ihr jetzt irgendwie egal geht, natürlich, weil... Ihr kämpft ja nicht mit so. Ihr kämpft ja mit den Schatten, äh, mit Goofy. Oder ich kann mir das gleich mal angucken. Carlos durch diese Tür geflogen, stimmt's? Ja. Aber weißt du das denn? Scheint fest verstoßen zu sein. Wartet, diese Vertiefung auf der Tür. Ihre Form gleich der Wirkung, den Wappen der Herzlosen. Wenn ihr die Richtigen einzusetzen finden... Ja, das ist wie beim ersten Teil. Ach komm. Ich hab da ne, Idee. Ich teste da gleich mal, wie viel Erfahrungspunkt die ich schaffe. Vielleicht bringt es ja doch was, weil ich alle gehen nach... Wie viele gibt es von euch eigentlich? Töte den mal. Okay. Musik weg. Okay. Das waren so viele Erfahrungspunkte, merke ich mir. Ich guck mir das gleich mal an, beim Test. Ob es mir irgendwas gebracht hat. Das hier müsste er sich für den Türmischen müssen trennen lassen. Wappenspiegel. Für den hier brauchen wir ja Donald. Wollte ich noch kurz anmerken. Da ist er ja. Hey, das war doch. Donald, warte. Hinterher, Sora. Ja, schnell. Kommen die Gegner wieder? Okay, komm. Jetzt testen wir das mal. Okay. Okay, tot. Jetzt kommt der Nächste. Ob ich irgendwelche Erfahrungspunkte bekomme? Wenn nicht, dann lasse ich alle Gegner wirklich da. Ich hab keinen Bock auf euch. Weil es eigentlich schon toll zuzugucken, oder? Und? Okay, doch. Ich krieg Erfahrungspunkte dafür. Okay, dann ist das schon was Tolles. Hallo, Goofy? Goofy? Ich werde angegriffen. Oh, er hat mich angegriffen. Aber ich lasse jetzt mal die Gehner Ruhe, weil... Die Erfahrungspunkte kann ich auch später mir holen. Ich muss sowieso hierher wegen Zeitquests oder irgendwelchen anderen Dingern. Okay. Jetzt erstörst du mal Kisten, damit ich keine Probleme habe. Aber nicht die blauen, du Dummkopf. Nicht die blauen. Wo bist du? Gut, so. Jetzt greifst du mal den Schatten durch... Äh, den Weibern da oben an. Weiter, weiter, weiter. Okay, jetzt greifst du die Kisten an. Ja, Leute, so läuft das jetzt die ganze Zeit. Stumpfes Zugucken, wie er hier Kisten zerstört. Ich weiß echt nicht, was ich dir gleich dabei gedacht habe. Wir haben ja auch nichts dabei gedacht. Kann auch sein. Greif den Herzlosen an. Gut, so. Okay. Entschuldigung, jetzt mal alle Kisten, die ich jetzt momentan holen kann. Was ist denn das da zerstört? Zerstör mal für mich. Elixier, Super-Ether. Geht doch. Herzlose. Töten. Töten. Und ja, der Gegner kann auch sterben. Also mein Partner kann auch sterben. Deswegen ist es auch ein bisschen dämlich gemacht. Naja. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt abautomatisch weiter nach vorne gegangen ist. Na ja. Okay. Der Herr, die Bagger hat er bekommen. Greif den Herzlosen an. Greif schön den Herzlosen an. Ich will meine Ruhe haben. Okay, da haben wir das schon erledigt. So und so. Es muss nur gut hierher. So und so. Was ist ein Problem? Greif die Kiste an. Glückspilz, okay. Damit habe ich alle Kisten hier. Jetzt muss ich nie wieder... Doch, doch. Ich muss wieder hierher. Ich weiß noch, wo Donut ist, aber momentan mache ich das jetzt nur. Ach, da oben ist auch eine Kiste. Das war ein schlechtes Timing. Okay. Kisten, Kisten, Kisten. Egal, ein bisschen Wut ab reagieren hier. Was war jetzt das Problem? Leute, ihr seht, mit was für Problemen ich hier kämpfe. Das ist nicht mehr normal. Nein, ganz und gar nicht. Guffi. Danke. Ehrung. Okay, jetzt schalte ich mal das hier frei. Wie komme ich eigentlich da oben hin? Ich versuche es einfach mal. Verdammte Scheiße, ich hätte es fast geschafft. Wenn nicht, dann muss ich das alles nochmal machen. Ich stelle mich doch irgendwie dämlich an, oder? Leute. Er sagt doch Rückball. Oder er sagt, drück mal. Ich kann es vergessen. Ich kann es gleich nochmal machen. Ich kann es vergessen. Was ist da stößt du eigentlich, Guffi? Ja, komm. Nochmal. Nochmal, komm. Ja, das muss er uns nicht nochmal angucken. Wir wissen alle, wo die Kisten sind. Das ist ja echt ein dummer Kopf, oder? Das ist ja echt ein dummer Kopf, oder? Okay, komm. Das Grüne muss wieder ein bisschen auftauchen. Jetzt. Ich glaube, heute ist echt nicht mein Tag. Geschafft. Okay. Ich hole mir jetzt schon, was ich alles holen... Was da stößt du da eigentlich? Guffi, komm her. Eigentlich müssen wir da unten gehen, aber ich hole jetzt schon alles, damit ich das nicht später holen muss. Egal, komm mal hier runter. Guffi? Wer sagt das? Ich oder Guffi? Komm mal her. Jetzt erstell mal die Kisten hier. Ich glaube, der sagt Guffi. Das mir drückt Rückfall oder Rückfall oder irgendwas anderes. Ich höre es doch genau. Er sagt drückt Ball oder so. Ich bin nicht dumm. Wappensiegel 2. Okay, jetzt ist da eins ganz oben. Ich hätte es bekommen, wenn ich mich nicht so dumm angestellt hätte. Leute, tut mir leid für die Inkompetenz, die ich hier gerade biete. Das ist nicht mit Absicht. Nein, nein, nein. Ich dachte schon, Mario über die Scheiße beim Springen. Ach, jetzt vertippt mich. Jetzt kommt es auch noch hier. Ach, Leute, Leute, Leute. Springen ist halt nicht meine Stärke, wie man sieht. Jetzt zerstören wir alle schönen Kisten, damit Papa keine Probleme hat. Jetzt kommt die Kiste. Gut so. Jetzt muss er wieder hierher. Jetzt zerstören wir die Kisten. Ach, das ist so langatmig hier. Okay, komm. Jetzt zerstören wir die Kiste da. Okay, jetzt habe ich freie Bahn für mich. Okay, damit habe ich das jetzt auch erledigt. Jetzt habe ich mir jetzt alle Kisten geholt. Jetzt kann ich zufrieden rüber gehen. Leck mich da. Nochmal heiltran, danke. Okay, wo habe ich alles? Ach, hier habe ich alles reingetan. Okay. So. Irgendwo habe ich noch IO-Resistanz. Also da. Noch eins habe ich auch. Ich weiß es doch. Hier. Er hat die Bagger. Ich habe noch zwei Stück. Okay, klar. Okay. So, jetzt habe ich noch. Wie viele sieben Stück? Okay, kann ich neue Fähigkeit dazu holen. Vielleicht höher springen oder so. Kann ja immer gebrochen. So. Und was für eine Fähigkeit? Na, Luftgrüche. Ah, okay, gut. Kann man einmal gebrochen. So. Geht klar. Gut, gut, gut. Jetzt kann ich bessere Luftgrüche machen. Ja. Wir haben ja schon alles jetzt geholt. Oh, der hat das wohl steckt. Er muss irgendwo hier sein. Ach. Sag. Ich hätte es echt nicht... Ich wäre echt nicht selbst drauf gekommen. Ich schwöre. Wie gesagt, ich glaube, das sagt echt goofy Rückball. Oder Rückfall. Ey, das sagt doch irgendwas ähnliches sowas, oder? Ich bin mir das nicht ein. Nee, Dika. Komm her. Und... Zerstellen wir die Kisten hier. Voll geil, dass er nicht... Warte, ich mal mal Spezialpacken. Komm zu Papa. Jetzt erstellen wir die Herzlosen, die hier gleich kommen. Oder die Wand hier. Die man nicht zerbrechen kann. Wissen Werbung für Massiv. So. Ja, das ist ja doch nicht, wie man das sieht. Aber bis dahin zu kommen, ist ein Problem. Weil es hier gleich ja Aufgaben gibt. Da stirbst du auch irgendwie mal die Bugs. Töte den. Los, töte ihn. Guter Gufi. Guter Gufi. Okay. Töten, danke. Jetzt müssen wir das jetzt wirklich hinbekommen. Okay, jetzt bis dahin zu kommen. Das sieht leicht aus, aber nee. Nee. Wir müssen erstmal alle Kisten hier zerstören. Wer hat da gerade so schön Mädchen-Geräusche gemacht? Okay, da ist nichts mehr. Ich dachte, da ist noch was. Ich dachte, ich dachte nur bei Kickern ist extremst langsamer bei Kisten. Ob ich das auch gerade so gemerkt? ja kisten infizierte meinen pc ha 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 ja man sieht aus chinesische stelle wo ein gegner kommen wird da wo das nächste spiel beginnt ich zerstöre erstmal alle kisten egal guffi wird verletzt nicht ich damit haben wir einen weg zu donald freigeschöntet hey donald altes haus donald endlich haben wir dich gefunden so war guffi wo habt ihr nur gesteckt komm lässt man euch mal in die sekunde allein schon habt ihr euch verlaufen verlaufen das ist ja wohl dein stichwort oder lenkt nicht vom thema ab wie ist er eigentlich wie besorgt ich um euch war entschuldige da von donald nein ich muss mich entschuldigen ich habe euch diesen schlammwasser eingebracht dabei kennen wir uns kaum hat sich jemand beschwert wie deine schlammwasser haben wir uns lassen wir uns doch gerne einbrocken aber wieso nun die ganze zeit über nur auf einen bildschirm zu starren ist nicht besonders spannend weißt du am liebsten hätten wir dich auch von anfang an begleitet sowie in alten zeiten wir sind zwar kein neues ja wir sind zwar kein neues stösserschwert aber du kannst dich auf uns verlassen ich weiß echt nicht was ich sagen soll vielleicht einfach danke überlass die herzlosen mir ich mache tostbrust aussieht und zwar so denn 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 was war das denn der mechanismus hat auf deine magie reagiert donald hat er das ich meine das wusste ich natürlich von anfang an ach ach donald ach ok da ist was für uns man hat sich angestoppt ja ok jetzt könnt ihr da hoch aber nee wir wollen erst doch mal wir wollen doch erstmal hier alles fertig bekommen auf den falschen weg gegangen ok kommt her wir haben den dritten wattensiegel jetzt nehme ich den weg einfach da der führt mich viel schneller raus ähm ja damit haben wir alles jetzt gemacht und laden hier die keinen neuen kisten also deck mit uns ok naja nie nene hier weiter jetzt können wir benutzen meinst du kannst du mit einer magie zum laufen ich werde es versuchen ok damit haben wir das jetzt auch freigeschaltet keine kisten nichts erstmal alle kisten zerstören warum ist eine kiste weil ich weiß nicht kommt man wieder da hoch sie haben es geschafft dankeschön meine kumpels ok hier war nichts hier so nah aber so fern was sage ich euch noch langsamer geht es nicht oder los opa mal schnell leck mich denn die gegner komm wir sehen uns sowieso gleich wieder was für das in kiste bieter 3 hier das war die einzige kiste man hat cookies face gesehen ganz nah ok wird wie gegen das noch mal hey die kreft euch mal die herzlosen an ok das haben wir doch auch erledigt und das telefon klingelt mal wieder ich habe so eine ahnung dass es für mich ist soll betten wo habe ich die tür geöffnet was habe ich gesagt